König Charles, Wiedersehen mit deutschen Verwandten Auch wenn es die Monarchie in Deutschland schon lange nicht mehr gibt, ist der Adel hierzulande bis heute eng vernetzt, auch mit ihren Verwandten im Ausland, zu denen auch König Charles gehört. Deshalb kam es bei dessen erster Auslandsreise als neuer britischer Monarch nach Deutschland auch zu einer besonders herzlichen Szene. Als er dabei auf einige deutsche Familienmitglieder traf, über wen sich König Charles so heilig freute, sehen Sie im Video. Verwendete Quelle, Twitter.com